Was ist für eine Zielgruppe? Wirst du irgendwann ein bisschen verrückt enden. Ich meine, wenn du jung bist, den Film guckst und versuchst ihn zu verstehen und du fängst an Delillo Bücher zu lesen und Davids Filme zu gucken, ich denke, das ist eine gute Sache. Wenn ich eine Tochter hätte, die 15 wäre und sie nach Hause käme und Delillo Sachen gelesen hätte, würde ich denken, das ist beeindruckend. Ich meine, wenn du jung bist, den Film guckst, den Film guckst. Ich meine, wenn du jung bist, den Film guckst, den Film guckst, den Film guckst, den Film guckst. Ich meine, wenn du jung bist, den Film guckst, den Film guckst. Ich meine, wenn du jung bist, den Film guckst, den Film guckst.